Heute gebe ich euch meine 5 besten Tipps für optimale Erholung in der Abiturphase und der letzte ist wie immer ein kleiner Bonus-Tipp. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Eccl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenstell kommst. Es geht ja hier viel um Mindset und wie performe ich besser und wie kriege ich bessere Noten. Sprich alles sehr viel auf Leistungsfokussiert und das ist auch sehr wichtig. Was aber genauso wichtig ist und das weiß jeder, der beispielsweise schon mal Sport auf Leistungsebene eben gemacht hat, ich habe auch selber 10 Jahre lang Krillung gemacht, davon 3, 4 Jahre Bayern Liga, da weiß man, dass zu Leistung immer auch der Gegenpol Erholung gehört. Und das gilt für die Abiturphase wie für jeden Sport noch für jede andere Leistung. Wenn du es nicht schaffst, dich auch entsprechend zu erholen, wirst du irgendwann einfach nicht mehr schaffen, die entsprechenden Leistungen zu bringen. Und es bringt niemandem was, wenn du nach der zweiten Prüfung einfach so hart am Arsch bist, dass du nicht mehr für die anderen lernen kannst. Deswegen geht es heute darum, wie schaffen wir es, Erholung auch in die stressige Abiturphase einzubauen. Das absolute Fundament ist, dass du einen vernünftigen Schlafrhythmus hast. Das bedeutet, du musst eigentlich, du musst eigentlich, du kommst ohne Fass nicht aus, du musst eine feste Uhrzeit haben, wann du schlafen gehst, dann aus Erfahrung eine klare Schlafdauer kennen, wie viel Schlaf du am Tag brauchst, damit du am nächsten Morgen wieder fit bist. Und daraus resultiert dann automatisch auch eine feste Aufstehzeit. Und wenn du diesen Schlafplan so wirklich lebst und auch umsetzt, dann hast du einfach jeden Tag die Garantie, dass du von der Nacht zuvor genug Erholung bekommen hast. Wenn du das aber missachtest, zum Beispiel sagst, ich gehe einfach mal irgendwann schlafen und dann teilweise bis 1, 2 oder so in die Nacht reinlernst, dann am nächsten Morgen vielleicht früher aufstehst, nach nur 5, 6 Stunden, weil dein Körper es beispielsweise gewohnt ist, um um 8 aufzustehen oder auch wenn du dann mal am nächsten Morgen bis um 13 Uhr verpennst, du verlierst so unfassbar viel Zeit und unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Und erst wenn du es immer in der gleichen Art und Weise machst, immer zur gleichen Uhrzeit einschlafen, immer die gleiche Dauer schlafen und dementsprechend immer zur gleichen Uhrzeit aufstehen, dann kann sich dein Körper dran gewöhnen, dann kannst du dich selber vom Kopf her auch mal dran gewöhnen und so ist dann einfach die maximale Erholung auch garantiert. Und nachdem so ein Schlafplan natürlich schon wieder sehr viel Optimierung ist, will ich auch gleich den Gegenzug dazu machen und euch auch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, dass man auch einfach mal den Kopf freikriegt. Einfach mal den Kopf freikriegen. Es geht nicht darum, jede Sekunde maximal fürs Abitur zu nutzen, entweder zu lernen, die Prüfung zu haben oder sich gut zu erholen, sondern auch wirklich einfach mal den Kopf freikriegen, denn das ist dann wiederum die beste Erholung. Wenn du einfach mal dich mit Freunden triffst, einfach random, ihr redet am besten nicht mal über das Abitur, einfach labern über die Sachen, über die ihr normalerweise auch labern würdet. Geh Sport machen. Sport ist natürlich auch super, um überhaupt fit zu sein, einen Kreislauf in Bewegung zu bringen. Aber auch da, einfach mal den Kopf freikriegen. Einfach mal über was anderes nachdenken. Oder schau dir einfach einen Film an. Da bin ich kein großer Fan davon, aber ich weiß, dass viele von euch gerne Filme oder Serien schauen. Zieh es dir einfach mal rein, damit du einfach mal vom Kopf her wegkommst und dann, wenn du die Sachen gemacht hast und dann wieder in eine Lernsession gehst, bist du wieder viel frischer, hast wieder viel mehr Bock auf das Ganze und steigert so schlussendlich auch deine Leistung. Als dritte Sache meine absolute Lieblingsvariante, um den Kopf freizukriegen und zwar spazieren gehen mit oder ohne Musik, je nachdem wie man das lieber hat. Aber spazieren gehen hat so eine Kraft. Ich weiß, das klingt ein bisschen unsexy, aber du hast einfach lockere Bewegung, frische Luft, im Idealfall, wie jetzt aktuell bei uns in Deutschland, Sonne und du kannst entweder nur die Gedanken schweifen lassen und hörst, keine Ahnung, den Vögeln zu oder dem Flugzeug, was über dich drüber fliegt oder du hörst wirklich deine Lieblingsmusik. Und ich weiß doch, immer wenn ich vom Lernen her so einen richtig fetten Schädel hatte und ich dann spazieren gegangen bin, hat sich einfach alles so krass entspannt. Ich habe auch gar nicht versucht, über irgendwas Konkretes nachzudenken. Ich habe einfach nur die Gedanken ziehen lassen, habe ein bisschen mich mit meiner Musik gefeiert und es ist einfach alles so locker. Es fließt alles so aus deinem Kopf raus. Beim Lernen ist meistens alles, oh, das, das, das sind all meine Sachen und die ziehe ich jetzt in meinen Kopf rein. Ziehe ich in meinen Kopf rein und es wird alles immer fest und ja. Und dann spazieren gehen ist für mich dieses Rausfließen. Einfach mal und deswegen probiert es unbedingt für euch selber aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist so unfassbar befreiend. Und für alle, die wirklich maximale Erholung in der geringsten Zeit bekommen wollen, wenn es nicht gerade schlafen ist, euch empfehle ich als vierte Sache eine geführte Meditation. Ich habe Meditation ja schon mal in einem anderen Video angesprochen, warum es so wichtig ist. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal eine Remastered Version davon machen. Aber eine geführte Meditation bedeutet, du setzt dir, setzt dich ganz normal wieder bei der Meditation hin, suchst dir einen ruhigen Platz, atmest ein bisschen durch und dann setzt du dir Kopfhörer auf, wo dich jemand durch die Meditation begleitet. Sprich, er sagt dir, was du machen sollst. Meistens ist es sowas wie entspann dich und dann versuch, nimm einfach an, dass du sagst, jetzt gerade Entspannungsviertel 1 ist und jetzt versuch dich doppelt so entspannt zu fühlen. und jetzt versuch dich nochmal doppelt so entspannt zu fühlen. Und das immer wieder. Und ihr werdet merken, wie krass entspannt man sein kann. Und Meditation ist da einfach wieder die perfekte Kombination, weil du all die Verspannungen, die du auch gerne mal beim Lernen hast, so vom Halten oder so, loslässt, komplett frei laufen lässt und gleichzeitig auch vom Kopf wieder wegkommst. Und deswegen, das ist wirklich die aller, allerbeste Variante. Und als letztes noch den Bonus-Tipp, feier dich nach jeder Prüfung. Damit meine ich noch nicht zwangsläufig mal, dass du irgendwie weggehen sollst in den Club, weil das würde ja dann wieder in Konkurrenz dazu stehen, dass du an einer gewissen Uhrzeit schlafen gehst, dann schläfst und dann wieder aufstehst. Deswegen, davon würde ich euch sogar abraten, wenn ihr unbedingt Bock drauf habt und ihr dabei so geil lief oder du das jetzt einfach gerade mal brauchst, könntest du es natürlich trotzdem machen, weil das nur einmal und wenn du dann den Schlafrhythmus einhältst, ist das auch in Ordnung. Aber was ich vor allem damit meine, ist, dass du dich unmittelbar, nachdem du aus der Prüfung rauskommst, dich einfach richtig freust. Das kannst du gleich da machen, feier dich da schon, da kannst du dich mit Freunden treffen und da euch einfach feiern. Das kann ja einfach nur ein nettes Beisammensein sein. Oder, wie ich es immer gemacht habe, ich habe einfach in meinem Zimmer die Musik richtig laut aufgedreht und bin einfach ausgerastet. Das habe ich einfach immer gemacht. Und das hilft einem halt voll auch vom Kopf her, mit dieser Prüfung abzuschließen und auch am Ende von dem ganzen Prozess von Abitur, Vorbereitung und Lernen, dann die Prüfung, da dann am Ende eben noch was Positives anzuhängen, so damit dein Kopf die ganze Sache allgemein als was Positives sieht und sich dann nicht denkt, oh Gott, jetzt habe ich schon da und da die nächste Prüfung, sondern hey, nee Mann, ich habe gelernt, ich habe die Prüfung gemacht, das war jetzt geil, muss nicht mal heißen, dass die Prüfung mega geil gelaufen ist, je geiler sie war, desto besser ist natürlich auch, wenn du dann noch feiern kannst, aber auch einfach nur, dass du die Prüfung jetzt einfach gemacht hast, sagst du, ja Mann, ich habe dich jetzt durchgezogen, geil, dann feierst du dich ein, zwei Stunden und dann geht es in die nächste Prüfung und das hilft dir einfach auch in Sachen Motivation so, so krass, weil so viele werden in der Abiturphase ihre Motivation verlieren, aber wenn du dich immer wieder feierst nach jeder Abiturprüfung, dann hast du einfach nur Bock auf die nächste, sagst du, okay, jetzt wieder lernen, Prüfung und dann feiere ich mich wieder. Deswegen, wenn du das noch mal hast, bist du auch sehr, du wirst einfach diese Verkrampftheit rausbekommen. Das ist einer der allergrößten Faktoren, so viele Leute, die sagen dann, da habe ich noch und da habe ich noch, nee Mann, du wirst einfach sagen, yeah Mann, das war jetzt geil, ab zur nächsten Prüfung, das wird dir so, so krass helfen. Was übrigens auch geil wäre, wenn ihr noch irgendwelche Erholungsmethoden habt, dass ihr die mal unten in die Kommentare schreibt, damit die anderen Leute, die dieses Video sehen, auch von eurer Expertise was abhaben können. Wäre mega geil, wenn wir das Ganze so sharen könnten und jeder so das Optimale für sich rausholen kann. Ich hoffe, meine Tipps haben euch krass geholfen. Ich will, dass ihr wirklich richtig durch die Abiturphase so durchbrettet und Spaß dabei habt zu performen, weil jetzt hatte ich einfach so und das war in meinen Augen der größte Faktor, warum ich die 1.0 in den Abschlussprüfungen geschafft habe. Gebt Gas, viel Spaß beim Lernen, viel Spaß beim Abliefern. Ich wünsche euch euren Traumnotenschnitt wie immer von ganzem Herzen. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.